Leider mal alle etwas fröhlicher und freundlicher. Wie in Happy das noch nie was von Woodstock gehört. Chilt mal eure Nuckets. So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer vorgehenden Famous Second Son. Da ich zwischendrin immer wieder online zocke, vergesse ich mittlerweile immer wieder schön, was ich eigentlich vorhabe. Aber ich meine, man ist ja relativ schnell wieder drin. Das ist ja das Schöne an diesen ganzen... Hey, habt ihr Angst? Alter! Kein Wunder, dass ihr Angst habt, wenn die auf mich schießen, diese Bastarde. Ja, wie gesagt, das ist das Schöne an den Games. Man ist einfach so schnell wieder drin. Man hat keinerlei Probleme. Man ist einfach unbesiegbar in den Spielern Held, wie ihr seht. Ich glaube, voll die Kräfte, man. So, auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass wir zu dem Stern da hinten müssen, weil das ja wie immer die Missionen sind. Das sind die OP-Ding. Sollen wir das erstmal einnehmen? Komm, das nehmen wir mal ein, hä? Nehmen wir mal ein, Alter. Servus! Alter, 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 bleib. Ja! Wow! Wow! Weg hier, weg! Scheiße! Mauer, 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 Mauer im Rücken, Mauer im Rücken! Ah! Erwischt! Danke, dass du aufgibst, da habe ich weniger Stress. So, das muss nur noch so. Ein, zwei Soldätschen. Ja, zwei, glaube ich. Oh! Äh, Platz machen, damit ich dann... ...ganz cool... ...die Superattacke bringen kann. Uh! Das da oben ist ein Scharfschütze, Leute. Ein Scharfschütze. Er schießt mit Tabasco, deshalb passt der Scharfschütze. Hey! Hey, du da! Ja! Ja! So, ist noch einer! Alter! Scheiße! Alter! Nein! Komm, mehr, bleib! Oh! Leichte Kirchschmerzen im Hals! Hm! Da gibt's wieder einer auf! Ja! Danke, dass du mir diese Möglichkeit gibst, alle hier zu zerlegen. Wow! 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 Muss ich da aufs Dach hoch, oder wie? Weil mir fällt gerade auch, wenn ich hier unten das Ganze einsetzt, dann bringt's mir eigentlich gut wie gar nichts, ne? Weil es wäre schon cool, wenn ich... Alter! BAP! Leg dich nicht wieder am Jedi an! Ja! Ähm, weil ich muss ja irgendwie den komischen Ding da zerstören. Ah, da ist er ja! Wow! 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 Jetzt hab' ich euch! Ja! Da schwebst du rum mit deinen Steinen, hast du gelitten! So! Hoffentlich hab' ich den anderen auch erwischt! Ich geh aber mal davon aus! Niemand kann sich mir widersetzen! Warum ist das Ding noch ganz? Wollt ihr mich verarschen? Nicht auch mal die Dinge einzeln ausschalten, oder was? Ja, so ein faules Pack! Hup! Warum fährt das noch nicht hoch? Hallo! Ah, jetzt! Oh! Oh! Toll! Ja! Nicht so weit springen! Ja! Die Steuerung ist echt krass, weil der Typ rennt da rum! Das ist nimmer... Nimmer feierlich, muss man echt mal sagen! Da drückst du einen kleinen Weg zu weit nach links mit dem Joystick und zack! Ist er wieder runtergefallen! Hi! Ja! Warum habt ihr das überlebt? Kannst du mir das sagen? Ja! Ja! Ich wollte den grad holen! Den schnapp ich mir! Juhu! 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 Was ist unser... Natürlich ist unser Ziel! So! Alter! Habt ihr es bald mal? Oh Gott! Wie dumm bin ich eigentlich! Wie blöd bin ich eigentlich, Leute! Jetzt mal ohne Witze! Da hätten es doch alles voll Scherben, wo ich gerade war! Warum bin ich einfach weggegangen? Ich... Voll honk! Hihi! Kamera, du siehst mich nicht! So! Ja! Gut! Wo sind die Scherben? Da ist eine! Da ist eine! Weil nur dadurch werde ich ja stark! Und stark möchte ich werden! Damit ich diese... Wie heißt es nochmal? Augustin! Damit er so ganz fies die Kräfte rauben kann! Gib mir die Scherbe, du Pastor! Oh! Da ist ja noch eine! Hätte ich glatt übersehen! Danke! Da muss auch noch eine sein irgendwie! Glaub ich! Glaub ich! Zu sehen! Ist der abgeschmiert oder wie? Na ist er nicht! Jetzt wieder! Ah doch! War er! Seltsam! Siebzehn Scherben! Siebzehn Scherben! Warte! Ja! Das ist aber schon wieder! Freue ich mich! So! Ich habe nur sieben Scherben! Allein siebzehn Upgrades! Sag's doch gleich! Ähm! Was nehmen wir? Nehmen wir Neon oder nehmen wir Rauch? Ist alles noch so viel, was ich nehmen kann! Verdammt! Was ist das erhöht? Munizionsqualität für Phosphorstrahl auf 6! 6 ist gut! Das nehmen wir! So! Moment! Ich glaube ich könnte sogar noch was nehmen, oder? Tatsächlich Neon entziehen! Ja! Was ist das doch! Eine Scherbe ist meistens immer noch verfickbar! So! Jetzt haben wir wieder das Problem, dass wir wieder ganz hier hinten sind und müssen doch wieder davor! Toll! Nicht Toll! Blöde! Wer schießt denn da? Menschenskinder! Leute mal alle etwas fröhlicher und freundlicher! Wie in Habitat noch nie was von Woodstock gehört! Chillt mal eure Knuckles! Was ist das da vorne für ein komisches Zeitalter? Das habe ich noch nie gesehen! Jetzt ernsthaft! Noch nie! Noch nie in meinem Leben! Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh! Hä? Paper Trail! Folgen Sie der spurblutige Origami Tauben um kostenlose Bonus Missionen freizuschalten und die gesamte Geschichte der DUP aufzudecken! Auf InfamousPaperTrail.com erhalten Sie weitere Informationen! Ah! Das ist eine Online Mission! Uh! Uh! Das machen wir später mal irgendwann! So! Warum soll ich irgendwelche Origami Tauben folgen? Ich habe Besseres zu tun! Geil! Also! Das wäre ein cooles Auto! Kann ich das fahren? Kann ich das fahren? Ha! Schon mal das gesehen! Das nennt sich Parkour! Okay! So! Ja! Ja! Präzisionssprünge waren das! Ah! Okay! Ich muss da hoch! Hm! Dann geht's dahinter also! Da ist ne Scherbe! Ha! Von mir kannst du dich nicht verstecken! Ich bin der Boss! Danke! Das fühlt sich gut an! Ja! Ich weiß! Das fühlt sich immer toll an! Gib mir Nähe und ich brauche das! Ja! Die nächste Rakete! So! Sieh da! Ein Pfeil! Ist das ein Blitz? Nein! Ist das eine Granade? Ja! Ähm! So! Jetzt hab ich Rauch! Schön, dass ich Neon beskilled hab! Boah! Ich bin da! Überqueren Sie die zerstörte Brücke zum Lantern District! Alles klar! Ich bin da! Jetzt! Johohohohohohoho! Ich seh das sogar danach! Ich wusste du kannst das nie! Ich muss einfach schneller als die Autoscheißer sein! Als die was? Autoscheiße! Wooooooooooooow! Und wenn es zu viele Autoscheißer sind? Wie ist denn hier los?! voll fiest Tata kommst du auch noch her für alles zerstören wir wollen schön zerstören macht's alle kaputt so was haben wir da schon mal alle kaputt gemacht oh da vorne ist noch was das ist ein Helikopter wollt ihr auch noch mit Kampfhelis kommen ihr Bastard Alter wie sind denn wir sauber die Jungs zack kann ich nicht einfach benutzen um den Heli runter zu holen vielleicht hat nichts aus muss man echt mal sagen so gut das hätte mehr gib mir etwas rauch damit wir auch die bocken wow scheiße man bleibt das finde ich du das sagt du hast du nicht du hast du nicht unfähl man gut dazu hatte wo kommen die ganze leute her es ist immer echt total übel das ist wirklich übel ihr wisst gar nicht wie übel das ist warum bin ich tot was geht hier ab leute es ist richtig krass gerade es aussieht muss ich mir den rauch aufheben bis ich da hinten bin am besten das ganze mit den dreck die rakete für diese kleinen flachwechser aufheben was ist das leute 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 ich habe gerade die brücke mit leichen und blitzen was ist das alles was habsen häh was soll's Lenten District ich komme häh 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 ganz komisch häh 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 Ja, du auch, hast ein paar Mehrfalt bekommen im Gesicht. Ich erweitere dir gleich mal das Gesicht. So, komm, komm runter, komm runter. Nicht viel Arbeit, einfach runterkommen. Ich reiß dir die Ohrstöpsel da raus und klöpfe die in die Nasenlöcher und die Augenbrauen, die dann als Schnurrbart. So. Auf. Alter. Ach so. Ja, springen wir halt. Du bist ein kleiner Penis, ein heißlicher Penis. Ein richtig christiger Kopf. Ein richtig alter. Alter. Was geht da? Dann muss ich wohl doch ein wenig Neon benutzen. Das war doch gar nicht geschehen. Na also. Oh, bist du aber groß. Ach, sag mal, treffe ich den Typ überhaupt? Sag mal, was ist denn da los? Seit wann ist... Alter. Alter, alter, alter. Alter. Was ist das für einer? Pa, 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 pa. Nyanyanyanyan, nene, nene, du, so leicht geht er halt nicht, ne? Lass die Steine, lass doch die Steine, was haben die digitale Steine? Rettet die Steine. Immer locker aus der Hüfte atmen, bitte. Wow. Der ist aber ziemlich aggressiv heute hier. Sonst ist er doch ein ganz lieber Mensch. Wisst ihr noch damals? Wow. Als wir ihn das erste Mal getroffen haben und er mir gesagt hat, hey, ich finde dich cool, ich bin ein Programm. Ich weiß es auch nicht mehr. So, Acromans. Ja, das ist jetzt der Name, Acroman. Das ist der Acroman. Alter. Alter. Sag mal. Was läuft mit dem Jungen schief? Warum schieße ich voll schief daneben? Und warum trefft er mich hinter der Deckung? Kann man das hier... Das sind so alles die Fragen, die die Welt bewegen. Immer schön geschmeidig bleiben. Ich wollte die übelste Steine, die er da hat. Der junge Mann. Ah, versenkt. Äh. Ah, jetzt. Wollte gerade sagen, warum lebt der Typ noch? Verdammte Kacke. Jetzt du, du hässlich Kröte. Quats. Ohoho. Äh. Vielleicht habe ich ein bisschen gelogen. Ja. Aber ich glaube, ich kann uns mal hier viel Zeit sparen. Warum hat die jetzt keine Kratzer im Gesicht? Ich bin ein bisschen deiner Kraft ab, er nicht. Ich soll dir also einfach so meine Kraft geben? Ja. Ich meine nicht genug, um Brücken einzureißen oder so, aber genug, um, genug, um deine Beton-Deutsche aus meinen Freunden rauszuziehen, ja. Und danach wirst du niemals wieder von mir hören. Ich habe eine bessere Idee. Alter. Daheim in deiner kleinen Hütte bist du für mich nutzlos. Warum bleibst du nicht hier, bei mir? Alter. Sorry, aber ich stehe nicht aufs ältere Semester. Weg da! Ja. Du machst mich traurig. Traurig, ne? Ich mache gleich noch was ganz anderes. Doch. Alter. Mit uns habe ich eine neue Kraft vielleicht bekommen. Ja, ich habe eine. Ich kann fliegen. Nicht runter sehen. Nicht runter. Nicht runter. Jol. Ich fahre mal ein bisschen steiner rum. Das ist also der Lantern District, tippe ich mal nach den Lantern zuurteilen. Oh, ein Gewächthaus. Hey, guck, da gibt's Gras. Oh, ne Packbote. Jawohl. 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 So. So. Äh. Da liege ich nun so lange schon. Und warte auf was auch immer. So, jetzt sind wir im Lantern District. Uh, cool. Ah, der Lantern District, wo ich sowieso hin wollte. Ich habe nur einen Umweg gemacht. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Die Prüfung. Mission abgeschlossen. Das ist schon vier Upgrades verfügbar. Das ist cool. Habe ich jetzt mal wieder Scherben oder was? Nein, habe ich nicht. Nur eine. Jetzt ist wieder seltsam, ne? Warum sind dann... Uh, da gibt's Bastarde. Kleine Hurenzöne. Das sind echt komische Typen, ne? Sind voll verschrumpelt aus dem Gesicht. So. Ich glaube, das muss schon mal krass aus der Nähe ansehen. Das Gesicht. Na, was sagt das Gesicht? Wo ist das Gesicht? Der Typ ist da, aber der andere ist weg. Liegt nur noch die Knarre da. Hm. Das sollte so nicht sein, ne? Eigentlich sollte auch noch der Körper hier sein. Wo ist das? Das verwirrt nicht. Hey, du. Komm mal her. Ich möchte die Scherbe. Habe ich dich. Hab ich dich? So sieht aus, jetzt habe ich dich nicht. Alter, ich bin im Geweckshaus, Mann. Wo ist das Gras? Wo ist es? Wer hat das Gras weggeraucht? So. Die Scherbe ist auch weg. Das ist saukomisch heute. Irgendwie. Der Typ verschwindet, die Scherbe wird abgeschossen, verschwindet. Was ist, wenn ich sterbe? Verschwinde ich dann auch? Aber bevor ich sterbe, will ich erst mal ein bisschen Neon haben. Da hinten gibt's Neon. Ich brauche viel Neon. Versuch hat nichts ergeben. Sorry. Ähm, jo. Na, Jungs. Äh. Ja, ähm, was machst du mit's Pöbeln oder wat? Oh, das werde ich einfach nie leid. Ich bin mal schön her mit dem Zeug. Das ist auch nur so ein Kleingeschiss, Mann. Ich brauche mal richtiges Neonschild hier. Was soll ich denn mit den kleinen, komischen Kackdingern da machen? Oh, cool. Geil, Alter. Da gibt's... Was ist das? Ah, Gänse. Ja, das scheint Gänse zu sein. Das scheint Gänse zu sein. Ich schau mal, ich muss da irgendwo hin. Hier muss ich hin. Alles klar, der Fan. Die Mission ist gesperrt. Gesperrt, das ist geil. Nein, das ist scheiße. Es gibt's einen Funkturm. Ich würde sagen, zerstören wir den Funkturm. Doch das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's guten Tau, drei. Bis dahin.